hallo liebe freunde ich melde mich mal zur später stunden hier bei euch ist jetzt gerade in meiner neuen wohnung wie man unsperr hier neben mir erkennen kann ich nehme das ganze gerade per webcam auf ich kann es leider nicht mit einer großen kamera aufnehmen einfach aus dem grund weil ich sitze gerade in meiner neuen wohnung an meinem geburtstag ich habe heute geburtstag am 15.4 ich wurde 22 ich habe mir eine wohnung geschenkt selber sage ich mal einfach ich habe jetzt eine mietwohnung in der einraum wohnung dazu wird es auch noch eine room tour geben beziehungsweise ich nenne es einfach mal den wohnungstour weil es ist nur ein raum und ich kann euch auch den rest dann zeigen also küche und bad es ist kein problem aber erst im mai wenn ihr wirklich alles tipptopp steht freunde also kommt aber erst dann frage mich viele mal auf instagram habe ich gepostet ich bin jetzt umgezogen bla 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 also wird kommen was soll ich noch sagen beim internetproblem ja ich habe derzeit ein internetproblem ich habe am 13 4 angegeben dass ich die schlüssel kriege dort gerne mein internet hätte wurde auch freigeschaltet an dem tag aber internet geht nicht leiden seiten laden sich zu tot habe ich heute noch mal angerufen am 15 4 und dann haben sie zu mir gesagt ja das ist leider ein schwerwiegendes it-problem der späteste zeitpunkt wo es gehen sollte ist der 25 vierte jetzt welche angeschrieben da dachte ich mir ja mega 25 24 ja das ist natürlich richtig geiler zu übernehmen da ist das gewinnspiel das endet am 23 am 24 muss die auflösung kommen du musst hier mittwoch samstag sonntag musst du ein video haben für nächste woche ist mega geil 16.4 da kommt ein video keine versorge freunde da kommen zu passion arctic line das ist aus der alten wohnung dachte ich mir mega sehr sehr geil also wie wird es jetzt weitergehen ich habe erstmal dieses video das werde ich irgendwie mit meinem handy internet hochladen per auto free das habe ich ja mir gebucht und mal gucken ob das irgendwie klappt deswegen versuche ich auch so schnell wie möglich das hier runter zu rattern damit ich mit mir damit ihr mal infos habt wo ich bin ob ich lebe falls mir keiner bei instagram folgt und was dieses mysteriöse datum auf sich hat was ich mal angeteasert habe ja wie gesagt ich habe eine neue wohnung das war's mehr muss ich dazu nicht sagen man sieht ja ich sitze in einer ganz anderen position ich finde es mega geil ich habe meine eigene wohnung und so was kann man sich doch mal zum geburtstag schenken das ist doch mal richtig geil mietvertrag geht am 16.4 los hier beim 15.4 geburtstag perfektes geburtstagsgeschenk ja ob das gewinnspiel verschoben wird kann ich jetzt zu dem zeitpunkt noch nicht sagen wenn das internet jetzt die woche schon gehen sollte weil der 25 vierte sagen die ist der späteste termin wo es gehen sollte und das internet geht jetzt schon am mittwoch keine ahnung dann bin ich natürlich dort wieder am start also am 19 sagen wir mal 19 oder 20 ist das internet wieder dann bin ich natürlich ab dort schon wieder am start und hau den videos raus wie immer ganz normal dann kommt das gewinnspiel ganz normal und endet normal sollte jetzt natürlich das internet nicht gehen würde es so sein dass es verlängert wird um ein paar tage aber das werdet ihr alles erfahren das werdet ihr alles erfahren erst mal ist es am 23 ende und am 24 kommt die auflösung ob ich schaffe videos hier aufzunehmen das schaffe ich auf jeden fall das ist ja kein problem und auch zu schneiden aber hochzuladen über das internet meiner mutter zu meiner mutter zu gehen und da über das internet hochzuladen das kann ich euch nicht sagen deswegen ist dann jetzt erstmal dass diese kommende woche jetzt keine videos kommen dann gesagt das wird sich alles zeigen vielleicht geht es internet früher eine telekom kann da irgendwie zeiträume von drei jahren geben sag ich mal einfach oder die it hat einfach mal alle drei wochen also drei wochen urlaub und kommt erst in drei wochen gefühlt wieder sag ich mal so zeige ich wieder zu offen gesagt ne fällt euch ja ein auf ne und was soll ich dazu sagen spaß der seite freunde ich komme aus berlin deswegen sage ich immer ne passiert und passiert folgt mir auf jeden fall auf instagram instagram du das ist in der beschreibung da ist ich du das und da werdet ihr neue infos erfahren wann mein internet wieder geht wann wieder videos kommen ne schauen wir einfach mal freunde also freunde ich werde jetzt genüsslich zu ende rauchen was mache ich den ganzen tag ohne internet eigentlich nur die wohnung aufräumen einräumen shisha rauchen musik hören mehr kann man nicht machen sage ich einfach mal alles weil ich werde jetzt reinhauen video nicht zu lang halten und euch das raushauen freunde also freunde guten rauch eine wohnungstour und alles kommt keine sorge aber ihr habt ja schon mal einen kleinen anblick in meine neue wohnung also haut rein freunde bis dahin ich wünsche guten rauch